Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, was steckt denn eigentlich in deiner Befristung? Auf der einen Seite wünscht sich ein Arbeitgeber natürlich eine gewisse Flexibilität am Arbeitsmarkt. Er möchte Personal kennenlernen und erproben und er weiß auch nicht immer vom ersten Tag an, ob eine bestimmte Stelle für sein Unternehmen auf Dauer wirtschaftlich tragbar ist. Aus Sicht eines Arbeitgebers kann eine Befristung somit äußerst sinnvoll sein und dient als Gegenstück zu einem sehr starken Kündigungsschutz in Deutschland, den wir als AfD auch ausdrücklich begrüßen. Natürlich wünscht sich ein Arbeitnehmer im Gegensatz eine möglichst direkt unbefristete Anstellung und Planungssicherheit für sich und seine Familie. Denn wir alle wissen doch um die Probleme, die eine Befristung mit sich bringen kann. Die Familienplanung wird erschwert, Arbeitnehmer sind gezwungen, in teilweise absurd kurzen Abständen zu planen. Hauskredite sind nahezu unmöglich und beim Kauf eines neuen Autos fangen die Probleme schon an. Aber genau hier geht sowohl der Antrag der Linken als auch die Parolen der SPD, sachgrundlose Befristungen abschaffen, vollkommen am Ziel vorbei, vollkommen am eigentlichen Problem vorbei. Denn das Hauptproblem im Bereich der Befristungen sind überhaupt nicht die sachgrundlosen Befristungen, die sowieso maximal 24 Monate, in Zukunft vielleicht dann 18 Monate andauern können und auch nur bei der Ersteinstellung erfolgen dürfen. Das Hauptproblem sind doch diese unsäglichen Kettenbefristungen, die aber auf § 24 Absatz 1 des Teilzeitbefristungsgesetzes basieren und Befristungen mit Sachgrund sind. Denn nur Befristungen mit Sachgrund sind bisher ohne zeitliche Höchstgrenze erlaubt und werden auch immer wieder verlängert. Und ja, wir kennen alle die Fälle der Schullehrer, deren befristeter Vertrag beispielsweise kurz vor den Sommerferien endet. Oder wir kennen den Fall einer Briefträgerin aus Mecklenburg-Vorpommern, die sage und schreibe 88 Mal einen Arbeitsvertrag mit Sachgrundbefristung erhalten hat. Die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung aber würde überhaupt keine Probleme lösen. Im Gegenteil, in Zukunft würde ein Arbeitgeber sehr lange darüber nachdenken, ob er überhaupt jemand Neues einstellt oder ob man nicht die Aufgaben durch Mehrarbeit der bisher Beschäftigten abfängt. Wir würden also Überstunden produzieren und wir würden eine Flucht in die Leiharbeit verursachen und das kann auch wirklich nicht im Sinne der Linken sein. Die Debatte, die die Linke hier anstößt, ist eine reine Phantomdebatte und meine Damen und Herren, Ihr Antrag ist überhaupt nicht das Papier wert, auf dem er geschrieben ist. Liebe Abgeordnete der Linken, liebe Abgeordnete der Linken, geben Sie sich doch bitte in Zukunft einmal zumindest Mühe und kümmern sich um die echten Probleme der Beschäftigten in Deutschland. Wir als AfD möchten pragmatisch arbeiten und die Arbeitnehmer in Deutschland schützen. Deshalb machen wir uns Gedanken über eine grundlegende Reform des Teilzeit- Befristungsgesetzes. Deshalb arbeiten wir an einer Lösung, um die Kettenbefristungen aus der Welt zu schaffen und planen einen eigenen Gesetzesentwurf, der Hand und Fuß hat. Wir müssen beispielsweise darüber nachdenken, ob wir bei Befristungen nicht generell eine zeitliche Höchstgrenze einführen. So bleibt eine gewisse Flexibilität für Arbeitgeber erhalten, nicht nur für Sachgrundlose. Das steht nicht im Koalitionsvertrag. Und wir lösen das Problem der Kettenbefristung trotzdem effektiv und dauerhaft. Wir können auch gerne darüber diskutieren, ob eine höhere Zahlung der Arbeitgeber in die Arbeitslosenversicherung beispielsweise bei Befristungen nicht ein Anreiz sein könnte, dass Unternehmen Befristungen eindämmen. Und ehrlich gesagt, obwohl ich nicht so oft wie Herr Schulz mit Macron telefoniere, weiß ich trotzdem, dass in Frankreich sachgrundlos befristete Arbeitnehmer, die nicht übernommen werden, beispielsweise eine Abfindungszahlung erhalten. Wir können gerne im Ausschuss über diese verschiedenen Möglichkeiten diskutieren. Und wir können gerne konstruktiv und gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Aber an die ganzen Sozialisten und Kommunisten hier im Saal. Hören Sie doch bitte endlich mal auf mit Ihren ganzen falschen Versprechungen, sowohl im Wahlkampf als auch im Parlament. Und hören Sie auf mit der Schelte der Privatwirtschaft. Die SPD fordert jetzt beispielsweise die Grenze, die Obergrenze von 2,5 Prozent sachgrundlose Befristungen. Frau Nahles ist heute ja leider wieder nicht da. Vielleicht telefoniert Sie jetzt mit Macron, nachdem Schulz abgesägt wurde. Aber ist es nicht so, dass im Sozialministerium von Frau Nahles 13,7 Prozent der Belegschaft sachgrundlos befristet waren? Ist es doch, es ist wahr. Ist es nicht korrekt, dass im öffentlichen Dienst und insbesondere in SPD-geführten Ländern die Befristungen, die Anzahl der Befristungen weit über den von Ihnen geforderten Wert liegt? Natürlich ist es so. Sie machen überhaupt keine Politik für Arbeitnehmer. Sie machen Klientelpolitik für die Gewerkschaften und vor allem für die Kameras, meine Damen und Herren. Aber, aber machen Sie sich keine Sorgen. Genau das merken doch die Arbeitnehmer da draußen, unsere Bürger. Der kleine Mann hat die SPD einst groß gemacht. Aber der kleine Mann dreht jetzt gewaltig in den Hintern und wählt die AfD, meine Damen und Herren. Und obwohl wir Ihren Antrag für fachlich vollkommen falsch hatten, stimmen wir einer Überweisung in den Ausschuss gerne zu und freuen uns dort auf eine sachliche Diskussion über die wahren Probleme der Arbeitnehmer in Deutschland. Vielen herzlichen Dank.